So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein aus dem Jahre 2009, muss man ja immer wieder dazu sagen, denn sonst denken einige Menschen, wir spielen Wolfenstein in New Order, aber wir spielen das alte Wolfenstein sechs Jahre schon wieder her und wir müssen zum Kreishauerkreis und soweit ich weiß, müssen wir hier unten durch. Ein wenig Judengold, das wäre jetzt wirklich eine sehr feine Sache. Na, guck mal hier drüben, ich sag Gold und schon bekomme ich welches, wenn das nur so im echten Leben wäre, dann wäre ich verdammt reich. Finstere Zeiten, mein Sohn. Erik, was ist los? Vor ein paar Stunden wollte sie sich mit einem Agenten treffen, aber es stellte sich als Falle heraus. Wir haben erfahren, dass sie in einem Schloss außerhalb der Stadt ist. Wir bereiten natürlich eine Rettungsmission vor und wir zählen dabei auf ihre Hilfe. Nicht weit von hier wartet ein Laster darauf, sie zum Schloss zu bringen. Zusammen können wir Caroline retten, das weiß ich. Natürlich, natürlich machen wir das. Caroline Becker, die einzige Frau, die letzte Frau, die noch nicht im Besitz der Nazis ist. Natürlich müssen wir die retten, Jungs. Ist doch ganz klar nicht wahr, Hans. Herr Blaskowitz, ich registriere einen Anstieg im Funkverkehr der Wölfe. Ich glaube, sie erwarten die Ankunft von Zetas Vorgesetztem. Ja, ich kenne den Vorgesetzten bereits, ihr da draußen wahrscheinlich nicht, obwohl, ihr kennt ihn auch. Ihr kennt ihn alle. Wir verlassen uns auf sie, BJ. Wir alle. Wir alle. Wir alle wollen Caroline zurück, damit wir kleine Rebellen zeugen können. Gut, retten wir Caroline. Ohne Caroline ist der Widerstand tot. Wir müssen sie zurückbringen. Ich habe es kapiert. Keine Sorge, wir machen das. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, dass noch niemand was zu Caroline Becker gesagt hat. Denn ja, Caroline Becker ist natürlich genau dieselbe Frau wie Caroline Becker aus Wolfenstein in New Order. Eben nur ein bisschen älter und im Rollstuhl gelandet. Scheint wurde die Anführerin des Kreisauerkreises gefangen genommen und dort hingebracht. Bereiten wir uns auf eine Rettungsaktion, Punkt? Ja, aber wir sind unterbesetzt. Die meisten unserer Leute sind in die Stadtmette abgestellt. Alles klar. Passt auf. Bam. Da bist du erledigt, hä? Der Amerikaner ist hier! Egal, der Army haut euch alle weg. Ich liebe es, wie die Schädel hier runterploppen. Das sieht so geil aus. Gut, dann retten wir mal Caroline. Und wir müssen zum Schloss. Oh, das ist die beste Waffe. Die macht so Laune auch. Allgemein, die Waffen hier in Wolfenstein sind ziemlich gut. Also in jedem Teil bis jetzt. Nicht nur in 2009, sondern auch in The New Order und anderen. Oh! Zack! Todespiekster mit dem Bayonet. Auch die Animation. Ich liebe sie. Und weg mit dem. Ich glaube, die Ecke hier, die war auch eine Multiplayer-Karte. Die auch ziemlich gut war. Oh, doch. Bin ich. Guck mal hier. Hab ja direkt in die Fresse gepikst. Okay, wir sollten Munition sparen. Leider finden wir hier gerade nicht mehr so viel von der hier. Wir werden sie gleich noch brauchen, wenn wir beim Schloss sind. Alles klar. Ziehen wir los. Hauen wir sie weg. Die Standardwaffe. Die ist immer gut. Die ist wirklich immer gut. Die kann man für alles verwenden. Ist so ein bisschen wie ein Schweizer Armeemesser. Allround. Immer gut. Immer brauchbar. Nie eine schlechte Wahl. Warum sollten die Wölfe so viele Funktürme in der ganzen Stadt aufstellen? Diese Türme haben mit Funksignalen nichts zu tun. Sie sind etwas ganz anderes. Johann James, wie geht's dir? Ich habe keine Zeit zum Reden. Ich kann momentan nicht reden. Warum? Warum will niemand mit mir reden? Habe ich Mundgeruch? Sehe ich heute besonders hässlich aus? Na, gibt's noch irgendwas hier drüben? In den Kisten? Nee, leider nicht. Nun gut. Wir müssen hier hin. That's the way. Richtung Schloss. Wir brauchen unbedingt Bücher. Bücher sind wirklich gerade am allerwichtigsten. Denn für die letzten Upgrades brauche ich die Bücher. Also Gold, Dokumente. Ja, wenn man es sieht. Natürlich nehme ich es mit. Aber wirklich wichtig sind eigentlich nur noch die Bücher. Ich glaube, selbst Dokumente brauchen wir nicht mehr unbedingt. Gold. Wunderschönes Gold. Wo komme ich hier drüben hin? Au. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, nein. Aber hier komme ich rein. Achtung, wichtig. Lesen. Ah, das Luftschiff. Nazis und ihre Luftschiffe. Wird später auch noch eine große Rolle spielen. Jetzt will ich aber leider noch nichts spoilern. Gut, Jungs. Ich habe sie weggehauen. Ihr macht den Rest. Komm schon. Hier muss es doch irgendwo. Ja, Gold bekomme ich ohne Ende. Genau das, was wir eben nicht brauchen. Bücher. Ich brauche doch nur Bücher. Ich will mich doch nur fortbilden. Ich brauche ein bisschen was zum Lesen. Ach, Johann James. Mein bester Freund. Gut, gehen wir zum Schloss. Ich kann nur sagen, jetzt werden wir die Sniper brauchen. Denn hier kommt ziemlich übler Widerstand. Einmal. Zweimal. Besonders die Scharfschützen. Die sind richtig mies. Zwei Treffer und du bist tot. Weggehauen. Weggehauen. Boah, die Waffe ist so gut. Die ist so unverschämt gut. Allgemein, diese ganze Mischung aus diesen realistischen und total absurden Waffen gefällt mir halt extrem gut in Wolfenstein. Man hat halt einen sehr glaubwürdigen Rahmen verschaffen. Gut geschossen. Ich muss nachladen. Gebt mir Unterdrückungsfeuer. Jungs, einfach weitergehen. Einfach hier mir nach. Der BJ, der regelt das. Auch wieder so eine Ecke, wo man denkt, da könnte was sein. Und irgendwie ist gar nichts. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Kann man eigentlich die Scheinwerfer zerstören? Unzerstörbare Scheinwerfer. Ja, nö, ist klar. Die Nazis. Die haben es einfach drauf, oder? Oh, ich habe fast keine Munition mehr. Es wird eng. Es wird eng. Ohne Mumfe. Kein Spaß. Wo denn? What the? Ach, hier drüben. Jetzt sehe ich ihn auch. Ich brauche Unterdrückungsfeuer. Okay, wir nehmen mal die hier. Die ist auch ganz gut auf Distanz. Oh, shit. Nazis und Jetpacks. Es gibt nichts Schlimmeres. Oh, keine Munition. Wir können hier siegen. Ich bin hier festgelagelt. Habe ich ihn? Nice. Energie? War hier irgendwo Energie? Alle Mann Bewegung. Ausschwärmen. Ist da schon wieder jemand dran? Diese Saukerle. Sofortdeckung suchen. Weiter. Wir müssen Karolin retten. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Jetzt kommen die Horden. Das sage ich euch. Seid ihr wirklich alle tot? Oh, ihr Vollidioten. Ihr saudämlichen Vollidioten. Warte mal. Was können wir hier alles finden? Zwei Bücher, sechs Daten. Ja, wie gesagt, Gold ist nicht mehr so wichtig. Aber die Bücher. Für Karolin. Die Männer sind erregt. Sie wollen die Karo zurück. Der Innenhof. Das eben gerade war ziemlich bitter, oder was? Oh, Munition. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Fuck. Oh, der Typ ist mies. Friss. Mein Stuff. Deswegen muss man Munition spannen, weil solche Typen, die crashen dich. Wo ist das Ding? Ich höre es doch. Ganz da hinten. Clever. Wirklich verdammt clever. Der Mann hat einen Orden verdient. Alles klar, wir müssen hier durch. Ich habe noch kein Gold gesehen. Überhaupt keins. Aber ein Dokument. Eins von sechs. Toll. Sehr informativ. Ja, kein Wolfenstein ohne Burg. Die Nazis lieben ihre Burgen. Cool, oder? Die legendäre Burg. Und soweit ich weiß, diese Gänge hier und diesen Weg nach oben, den gibt es auch im Return. Alles klar, warte mal, warte mal, warte mal. Wir gehen erst mal hier ein bisschen rum. Ein wenig die Gegend hier untersuchen. Vielleicht finde ich irgendwas Gutes. Energie habe ich hier gefunden. Die Tür sind alle zu. Wow. Wow. Fuck, 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 fuck. Alter. Wäre ich beinahe gestorben. Auf einmal können die was. Auf einmal haben sie Skills. Was ist das hier drüben? Alle tot? Naja, fast. So, weg mit dem Schild. Weg mit dem Nazi. Boah, die Gegend hier ist nochmal riesig. Da kann man ganz schnell tausende von Dingen übersehen. Ihr seid meine Jungs, oder? Sehr gut. Ich habe wirklich noch kein Gold gesehen bis jetzt. Oder ich bin dran vorbeigelaufen. Energie, Energie, Energie. Jetzt entspannt euch. Meine Güte. Da werden Männer zu Bestien. Wenn es um ihre Frauen geht. Verstehen die keinen Spaß. Ja, 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 ja. Wir gehen weiter. Ihr habt mich überredet. Genug gequengelt und gedrängelt. Hoffentlich geht es Frau Becker gut. Weiter. Wir müssen Karolin retten. Ach, genau. Los, los. Hilfe. Hilfe. Los, los, los. BJ bringt es ja alle um. Wir haben mich hier festgenagelt. Ach, wir müssen uns kloppen. Komm schon. Alles klar, meine Männer sind hier. Gute Männer. Die mich antreiben, weiterzumachen. Der Amerikaner ist hier. Yep. Ich bin hier. Das hast du sehr, sehr gut erkannt. Und ich falle nach unten. Weil ich hier hin wollte. Denn. Haha. Das war Skill. Wer was anderes sagt, wird direkt erschossen. Boah, fuck. Das haben wir ein Problem. Was hier schon wieder rumrennt. Und wir müssen es natürlich töten. Wenn nicht wir, wer dann? So, jetzt bin ich hier im Maschinenraum. Kann ich hier irgendwas machen, wenn ich schon mal hier bin? Oh ja, wir bekommen endlich die letzte Waffe. Die ist nice. Wo, 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 wo? Ein Führer da drüben noch. Na jetzt, wenn ich schon mal hier bin, schaue ich mich noch mal hier ganz genau um. So, die letzte super Nazi-Waffe hier drüben. Yes, baby. Die Lichtfaust. So eine geile Waffe. Und? Irgendwas schönes hier. Tja, dann holen wir uns das große, böse Monster. Wie komme ich hier hin? Wie komme ich hier hin? Der Weg. Kann ich das Tor zerstören mit der Lichtfaust? Ich weiß es gar nicht. Wir probieren es. Weil sonst sehe ich hier keinen anderen Weg. Ja, hat funktioniert. Zwar nicht zerstört, aber hey. Ich sag's ja, die beste Waffe überhaupt. Direkt Munition holen. Da drüben lag ja ein bisschen was und ich denke, die Munition wird selten sein. What? Normalerweise ist das hier die Munition. Ah, Moment. Jetzt kann ich's mitnehmen. Die LF. Die leck mich, Faust. What? Johann James. Drei Mal? Wir müssen Carolin finden. Ich mach mir Sorgen. Gut. Wer heult denn hier so? Und natürlich muss es eine Nazi-Mine geben. Klar. Hey, ohne so eine Mine. Wäre doch kein Wolfenstein. Also sowas gehört dazu. Ich sollte rausgehen, oder? Und tschüss. Alles klar, hier sollen wir schon mal nicht hin. Aber hätte ja sein können, dass es da noch irgendwas gibt. Wie sind die bitte schön vor mir hier oben angekommen? Und wie hast du sie eben gerade gehört? Wie kann man Carolin hören? Wie ist das möglich? Ah, hier drüben. Okay, das gibt's denn. Hör mit den dritten auf. So, warte. Ich brauche Energie. Und ich bin drin. Ich bin drin. Keine Sorge, Carolin. Klar, ich rette dich. Oh nein. Keine Kräfte. Hier ist wieder irgendwo so eine Spule. Und hier ist der Raum, den wir auch in The Old Blood gesehen haben. Es ist genau dieselbe Burg. Schloss Wolfenstein. Das finde ich irgendwie cool, dass immer wieder derselbe Saal dabei ist. In Return to Castle Wolfenstein. In Wolfenstein 2009. Und natürlich auch nochmal in The Old Blood. Ist halt wieder genau derselbe Raum. Fuck. Fuck. Oh shit, 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 shit. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Alles klar. Licht, faust. Save the day. Und wieder Energie mitnehmen. Na komm schon. What? Wie kann ich den hier nicht treffen? So, erstmal das Ding hier drüben wieder wegholen. Irgendwo hier ist noch eins. Ich kann dich hören. Aber nicht sehen. Wo ist das Ding? Wo bist du? Oben. Ah, hier drüben. Endlich. Zeig mir deine Klatze. Shut up. Ihr nervt. Aber extrem. Dieser Mann ist ein Spion. Ich glaub's ja gar nicht. Fritz. Ich bringe diese Gefangene zum Dach. Der Amerikaner darf mir nicht folgen. BJ, BJ. Ich bin hier drüben. Da ist der Spion. Wer schießt ihn? Ich komme, Baby. Du muskulöser Affe. Hilfe. BJ, Hilfe. Hilfe. Achtung. Angriff. Angriff. Los geht's. Boah, woher wissen die das? Boah, shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Heftiger shit. Heftiger shit. Warte, hier drüben. Wichtige Dokumente. Zwei von sechs. Oh. Ich will Infos und keine Monster. Hatten wir das nicht sogar schon? Also eben gerade? Ach nee, war ein Zeppelin. Nein. Und ein Monster. Wir hatten beides. Ein paar Männer sollen ab... Alright, alright, alright. Hier gibt es bestimmt Dokumente, oder? Hier drüben. Guck mal hier. So, wir lesen. Infos, bitte. Das Jetpack. Aber keine Infos. Ich muss, glaube ich, nochmal ganz schnell zurückrennen. Denn ich will mir nochmal hier ein bisschen den Raum anschauen. Dass wir den auch nochmal sehen. Und ich will gucken, ob man da irgendwas mitnehmen kann. Der sah so interessant aus. Oh. Ja. Ach nee. Es gibt keinen Weg zurück. Alles klar. Das ist ziemlich beschissen. Sorry. Habe ich nicht gewusst. Ich dachte, man kann jederzeit wieder zurück. Sir, die Maschine ist auf dem Dach positioniert und bereit, auf voller Kraft zu laufen. Es gab Befürchtungen, der Energieentzug könnte den Schleier zerreißen. Doch meine Tests zeigen, dass die Sicherheitsparameter eingehalten werden. Schon bald wird ihnen die Macht der schwarzen Sonne zur Verfügung stehen. Der Rudelleiter-Schädel. Das ist so einer, sage ich euch. Das ist ein Gauner, der Typ. Na gut. Moment. Was ist das da hinten? Nix. Oder vielleicht doch? Nein. Das sieht geil aus, oder? Ah, okay. Wir kommen doch wieder zurück. Ich dachte schon. Normalerweise geht das immer hier. Dass man in die Gebiete nochmal zurückkommt. Ach, das sind meine Jungs. Männer, ihr hier. Was? Oh, shit, 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 shit. Oh, komm schon. Fucking Stein. Wah. Ihr stand mitten in den Brocken drin. Was ist das hier? Ein kleiner Schäde. Karolin. Wie hat er das überlebt? Aber jetzt. Die Show ist vorbei. Okay, wir brauchen irgendwas Gutes. Wir brauchen... Oh, ich habe keine Munition. Noch ein Rieses Baby hier. Da drüben ist noch einer. Gut. Die Dinger sind offen. Waren wir hier schon? Jetzt bin ich gefangen. Toll, hier muss ich hin. Und wieder habe ich das Ding versäumt. So ein Dreck. Flammenwerfer, nice. Oh, yes. Endlich mal Munition für die anderen Sachen. Die große Bücherei. Hier muss es aber jetzt irgendwas Gutes geben. Komm schon, ich brauche Bücher. Nazi-Bücher. Was treibst denn du hier? Assassinen rennen hier rum. Wo bin ich? Mr. Bubbles. Mr. Bubbles. Wo bin ich? Wo bin ich, Mr. Bubbles? Boah, ich bin so derbe unterwegs, oder? Komm schon. Irgendwas muss es hier geben. Eine Bücherei, hallo. Eine Nazi-Bücherei. Ich meine, das ist doch wirklich der perfekte Ort für geheime Nazi-Verstöcke. Mir geht hier schon wieder die Schleierenergie aus. Gehen wir mal nach oben. Oh. Wir haben sie beinahe alle. Wir haben sonderbare Energiespitzen am Rand des Energiestrahls entdeckt. Auch wenn wir uns wohl keine Sorgen darüber machen müssen, gehen wir von einer Art energetischem Erwachen durch eine Gruppe von Geistern aus, die von dem Strahl angezogen werden. Wenn unsere Berechnungen stimmen, ist die Anzahl der Geister erstaunlich. Interessant. Wirklich, sehr. Besser als Schule. Die wahre Bildung. Die ist hier in Wolfenstein, Freunde. Historisch korrekt. Nun denn. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir Carolin Becker retten. Mir mal danke fürs Zusehen. Vergesst nicht die Bewertung. Supportet das Projekt. Wäre schön. Schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.